In unserem Video wollen wir euch zeigen, dass es im Internet versteckte Fallen geben kann. Du bist dein Computer und loggst dich bei Facebook ein. Auf deiner Startseite erscheint Werbung für ein iPad-Gewinnspiel und du freust dich. Du klickst natürlich ohne nachzudenken sofort drauf und gibst deine persönlichen Daten ein. Was du allerdings nicht weißt, hinter dem Gewinnspiel steckt ein böser Hacker, der deine Daten haben möchte. Nachdem du deine Nachrichten geprüft hast, loggst du dich bei Facebook wieder aus und du bist auf deinem Desktop-Hintergrund. Dir ist nicht bewusst, dass der Hacker im Hintergrund deine Schritte verfolgt. Plötzlich wird der Bild für dich kratzen. Du bist als ein Schriftzug und du wurdest gehackt. Du bist überrascht und fragst dich, was genau passiert ist. Der Hacker hat nun all deine Daten und du kannst nichts dagegen tun. Du bist überrascht und fragst dich, was genau passiert ist. Du bist überrascht und fragst dich, was genau passiert ist. Du bist überrascht und fragst dich, was genau passiert ist. Untertitelung. BR 2018